Volker Bruch, du hast beschlossen, dich öffentlich zu äußern zu der aktuellen Situation im Land. Was hat dich dazu gebracht? Es war so, dass ich sozusagen halt in mich reingehorcht habe und gesehen habe, dass das ein Gefühl ist, was man durchaus auch mit Angst bezeichnen kann. Also, dass ich mir selber Gedanken mache, ob ich mich dazu äußern darf und ob das mir schadet, wenn ich mich da äußere. Und das hat mich so verwirrt, dass ich das eben ein bisschen genauer untersucht habe, weil Angst natürlich immer ein schlechter Ratgeber ist. Ich mache mir Sorgen, dass ich das nicht äußern kann, dass ich mich nicht traue, das zu formulieren. Das hat mich so irritiert, dass ich gesagt habe, ich muss das jetzt aber mal machen. Nochmal zu der Frage, zu der Angst, sich äußern zu können. In den Social Media ist es ja ganz oft zu lesen, dass wenn jemand etwas Kritisches, vor allem in Bezug auf die Corona-Maßnahmen sagt aktuell, dass er dann gleich sehr mutig beschrieben wird. Ist das aktuell so deines Erachtens, dass man mutig sein muss 2021, um seine Meinung zu sagen? Ja, es sollte natürlich eigentlich selbstverständlich sein, dass man das tun kann, dass man diese Meinungen austauscht. Also ich sollte meinen, dass wenn wir in einer Demokratie leben, dass das die Grundvoraussetzung ist von allem, dass wir alles besprechen können. Dass das eben gerade scheinbar nicht der Fall ist und das zeigen ja so Fälle, wo du sagst, man bezeichnet das schon als mutig, ist eben genau der Missstand, der gerade existiert. Das heißt, also dieser Diskurs muss immer möglich sein. Ja, deswegen ist das natürlich eigentlich nicht mutig, sondern eigentlich selbstverständlich. Was ist das Thema, was sich primär beschäftigt, bewegt und auch dazu veranlasst hat, jetzt deine Stimme zu erheben? Es ist die Absurdität und Willkür der Maßnahmen, die wir jetzt seit einem Jahr erleben. Also das sind Sachen, die kann kein Mensch mehr nachvollziehen. Es ändert sich ständig, es gibt überhaupt keine Perspektive. Und das ist von einer derartigen Willkür getrieben, ja, dass ich komplett das Vertrauen verloren habe. Es ist jetzt ein Jahr vergangen und wir wissen jetzt doch schon sehr viel mehr als am Anfang. Deswegen ist mir das unbegreiflich, dass da immer noch so ohne Richtung und ohne Ziel da rumgekurvt wird. Und das heißt, es gibt deines Erachtens keinen Plan, wie wir aktuell aus der ganzen Situation herauskommen? Oder was meinst du konkret? Ich sehe überhaupt kein Licht am Ende des Tunnels. Die Maßnahmen sind ja alle begründet durch den Inzidenzwert. Und der Inzidenzwert kommt von den positiven PCR-Tests. Die PCR-Tests können aber gar nicht zwischen toter und lebendiger Materie unterscheiden. Das heißt, wir wissen gar nicht, ob die Person infiziert ist, infektiös ist, ob da genug Viren sind, die sich vermehren, ob man andere ansteckt. Oder ob man einfach nur gesund ist und das Immunsystem wunderbar mit ein paar Corona-Viren umgehen können. Das wird nicht unterschieden. Und dass das die Grundlage ist für alles, was uns hier gerade einschränkt, das ist doch sehr fragwürdig. Und vor allen Dingen, das ist das Nächste natürlich, wir haben auch eine Angstmaschinerie, die durch die Presse geht seit einem Jahr, die mich fassungslos macht. Wir haben es ganz konkret zu tun mit Angstmache. Das muss falsch sein. Das kann nicht richtig sein. Also ich will als mündiger Bürger wahrgenommen werden und ich möchte aufgeklärt werden. Und das Gegenteil findet statt. Du sagst, es fehlt die Aufklärung, es fehlen die evidenzbasierten Maßnahmen und es wird Panik geschürt. Es passiert auch permanent eine Art von Schuldzuweisung von Anfang an. Und aktuell, da zitiere ich den Vizekanzler Olaf Scholz von der SPD, der sagte, wenn aber ganz viele jetzt im ganz großen Stil nach in den Osterurlaub fahren, dann gefährdet das den Sommerurlaub von uns allen. Ja, das ist auch was, was wir von Anfang an beobachtet haben. Also diese Zuckerbrot- und Peitsche-Politik, wo man immer das Gefühl hat, man muss jetzt hoffen auf irgendwelche Lockerungen oder man muss jetzt hoffen darauf, sozusagen seine Grundrechte Stück für Stück wieder zurückzubekommen. Das ist natürlich katastrophal. In meinem Umfeld, so wie ich das mitbekommen habe, haben wir doch alles gemacht, was von der Bundesregierung kam. Also seit März diese Lockdowns und diese Abstände und die Masken. Wir haben ja das alles getan. Und es war aber nie genug. Und irgendwann, finde ich, muss man sich dann fragen, okay, Moment mal, also das ist euer Plan und es funktioniert aber nicht. Und dann gibt es eben die Vergleiche, finde ich, mit Ländern, wo man auch sieht, dass es auch wirklich anders geht und dass da überhaupt nicht diese Katastrophe eingetreten ist, die uns ja auch ständig prophezeit wird. Und dann muss man irgendwann sagen, nee, halt, stopp, so mag ich das nicht. Du bist Schauspieler. In deinem Fall hieß es, dass es gibt ein, und das wurde bereits schon vor langer Zeit, ein Hygieneplan, arbeitet sowohl fürs Theater als auch für die Kinos. Im Grunde genommen könnten wir mit Hygienekonzepten sofort wieder anfangen, sowohl ins Theater zu gehen als auch ins Kino. Natürlich müssen wir die Veranstaltungen wieder zulassen und müssen eben mit Hygienekonzepten gucken, dass der Betrieb wieder weitergeht. Aber so dieses Stopp, wir müssen alle stehen bleiben, wo wir gerade stehen, damit sich niemand mehr berührt und damit keine Infektion mehr stattfinden kann, das ist völlig utopisch. Und wir sehen ja, dass es nicht funktioniert. Also das verstehe ich nicht, dass da überhaupt kein Lerneffekt eintritt. Es gab ja jetzt hier ein Pilotprojekt in Berlin, da hieß es, okay, so und so viele Leute können ins Berlin-Ensemble gehen, können sich ein Theaterstück anschauen. Dasselbe galt auch für ein Konzert mit Test. Wie kann man sich das in Zukunft vorstellen? Wir haben jetzt ein Hygienekonzept, wo die Menschen mit Abstand sitzen und dann muss jeder noch dazu, zu dem Eintritt für Kino oder Theater, den Test zahlen? Die Tests sind ja die eigentliche Ursache des ganzen Problems. Je mehr wir testen, desto mehr falsch positiv getestet wird es auch geben. Also steigt der Inzidenzwert wieder. Und das hat Jens Spahn selbst gesagt vor ein paar Monaten. Wieso ist das jetzt wieder völlig aus dem Blickfeld geraten? Und das kann man gezielt durchaus einsetzen, sicher. Und ich finde, in Altenheimen, Pflegeheimen ist das vielleicht eine gute Idee, dass man sich da Konzepte überlegt, dass man da wirklich das ausschließen kann. Aber so für den allgemeinen Gebrauch millionenfach zu testen, jeden Tag, also ich kann das nicht nachvollziehen. Volker, wo stehen wir deines Erachtens aktuell mit unserer Gesellschaft? Puh, gute Frage, ja. Ja, ich glaube, es tut sich gerade ein bisschen was. Und das gibt mir auch wieder Hoffnung, dass Leute sich tatsächlich äußern dazu. Und das ist total wichtig, weil ich habe ganz viele Freunde und Kollegen, die das genauso sehen und die sich Sorgen machen und die aber eben sich nicht äußern dazu. Zumindest nicht öffentlich. Das passiert aber gerade. Ich habe das Gefühl, es gibt jetzt irgendwie so ein Umdenken. Die Gesellschaft, das sind ja auch unsere Kinder und Jugendlichen, die mit einer ganz neuen Realität aktuell aufwachsen. Ich habe immer gedacht, wenn es jetzt an die Kinder geht, an die Schulen und so weiter, dann wird das maßvoll sein. Und dann wird es Aufschrei geben in der Gesellschaft von den Eltern und von allen. Weil, lasst unsere Kinder in Ruhe. Und das ist natürlich überhaupt nicht passiert, im Gegenteil. Und das ist auch, ehrlich gesagt, das, was man mit am meisten Angst macht, dass gerade eine Generation heranwächst, die diese Nähe, mit der wir aufgewachsen sind, überhaupt nicht mehr kennenlernen. Und für die das völlig normal ist, dass wir Angst voreinander haben. Nämlich die Angst, uns anzustecken. Und noch schlimmer, die Angst, dass wir andere Leute anstecken, die deswegen sterben. Und das können wir überhaupt nicht abtun als, naja, das ist ja jetzt nur kurz oder das ist ja bald vorbei. Sondern das ist, glaube ich, was so tief vermittelt wird, dass uns das große Sorgen bereiten müsste. Weil das wird die nächste Generation sein. Und für die wird das alles ganz normal sein. Und das ist erschreckend. Aber die Frage ist hier, was passiert denn, wenn man sich öffentlich äußert? Oder was ist die Angst, was passieren kann, wenn man ein Mensch ist wie du, der im öffentlichen Leben steht und sehr bekannt ist? Was natürlich passieren kann, ist, dass man natürlich keine Jobs mehr kriegt, dass man irgendwie nicht mehr angestellt wird, dass man diskreditiert wird. Das ist ja das Nächste, dass man in irgendwelche Ecken geschoben wird, rechts oder Aluhut oder was auch immer. Es gibt ja genug Framing-Beispiele, wo man gesagt hat, okay, also dass dem das jetzt passiert, also ich meine, das macht ja überhaupt keinen Sinn. Und auf einmal steht das dann in Wikipedia drin, bei denjenigen, der Umstrittene, bla 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 und so weiter, wo man denkt so, Moment mal, also der hat doch nur gesagt das. Also das wird aber dann gar nicht mehr zurückverfolgt. Und selbst wenn man es zurückverfolgt und selbst wenn das revidiert wird, hat man das ja trotzdem an sich kleben dann. Das wird man ja auch nicht mehr los. Und das ist, glaube ich, was, wovor viele und erschreckenderweise wahrscheinlich sogar berechtigt Angst haben. Es könnte passieren, dass du in eine Ecke geschoben wirst, dass du diskreditiert wirst und dann? Ja, das ist eine Frage, die man sich immer stellen kann. Was passiert denn, wenn? Aber tatsächlich ist es im Augenblick, finde ich so, dass ich das Gefühl habe, ich habe sozusagen in dieser Position und in dieser Figur der Öffentlichkeit, die ich auch bin, dann irgendwann auch nichts mehr verloren, wenn ich mich nicht äußern darf und wenn ich nicht das sagen darf, was ich denke. Ja, wenn ich zu lange nichts sage, dann habe ich auch das Gefühl, dass ich dem eigentlich zustimme, was der Konsens ist. Das heißt, eigentlich muss man, glaube ich, auf sein Herz hören, weil kritisiert wird man sowieso. Also wenn das nicht mehr mein Platz sein soll, dann ist es auch so. Und dann ist es jetzt aber auch nicht so, dass ich mich jetzt nur als Schauspieler definiere. Ich habe ja genug andere Sachen zu tun. Was ich noch zur Angst sagen wollte, also die Angst überwinden, heißt ja auch die Angst zu durchschauen. Und das Gemeine in dieser Situation, in der wir uns gerade befinden, ist, dass sozusagen, also wenn man sich die Schlagzeilen des letzten Jahres anguckt, das geht ja auf keine Kuhhaut. Das muss man ja als Propaganda bezeichnen. Also das sind solche starken und gefährlichen Sätze mit Flugzeugabstürzen wird da verglichen und mit qualvoll ersticken und das macht alles Angst. Wir Menschen sind ja auch so sozialisiert, dass wenn wir Angst haben, dann wollen wir ja eigentlich jemanden in den Arm nehmen, der uns tröstet. Und genau das geht nicht. Uns wird Angst gemacht und dann wird aber gesagt, ihr isoliert euch mal. Und das ist, finde ich, so perfide. Oh, das ist, da wird mir richtig schlecht. Volker, brauchen wir also Nähe und Gemeinschaft, um eine Pandemie zu überstehen? Ja, absolut. Wir müssen wieder zusammenkommen. Und es muss möglich sein, unemotional miteinander reden zu können, ohne sofort an die Decke zu gehen. Ich habe einen Freund, mit dem ich telefoniert habe, der hat mich nur noch angeschrien. In meinen Augen. Ich habe einfach nur eine Frage gestellt und dann war aber Schicht im Schacht. Diese Panik, die da überall mitflirrt, die ist einfach ungesund. Und wenn es uns doch um Gesundheit geht, darum muss es uns doch auch gehen, dann brauchen wir wieder einen gemeinsamen Nenner und dann müssen wir uns miteinander auseinandersetzen. Ich finde, da müssen wir uns auch mal in den Arm nehmen. Also das ist einfach lebensnotwendig. Ich finde, da müssen wir uns doch mal in den Arm nehmen.